Das nachfolgende Video hat viel Zeit gekostet und ist für dich kostenlos. Bitte schaue das Video ganz an und spule nicht. Vielen Dank! Es ist wieder Zeit. Ich befinde mich in Wettkampfvorbereitung für die Schweizer Meisterschaft im Powerlifting. In genau 88 Tagen ist der große Tag. Das heißt 88 Tage, um besser zu werden. Deshalb starten wir gleich mit Kniebeugen. Let's go! Okay, wenn du in den letzten zwei bis drei Monaten wie viele andere diesen Kanal entdeckt hast, dann muss ich dir jetzt einiges erklären. Über die letzten paar Jahre habe ich jedes Jahr eigentlich einen Wettkampf gemacht im Powerlifting. Denn ich liebe diesen Sport und geniesse auch die schönen Momente. Aber ich komme dazu später im Verlauf des Videos, nachdem wir Kniebeugen machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, auf diesem Kanal gibt es nicht nur informative Videos und Tipps und Tricks, sondern auch Gym-Blogs und Powerlifting-Wettkämpfe. Die sind dann ein bisschen weniger strukturiert, so wie dieses jetzt, aber dafür gibt es ein bisschen Einsicht in mein Training, in mein persönliches Leben und auf die Ernährung. Und da mir persönlich deine Meinung sehr wichtig ist, habe ich hier im Community Tab auf YouTube danach gefragt, ob ihr Interesse habt, wenn ich meine Vorbereitung zum Powerlifting Nationals 2023 im Oktober dokumentieren soll. Und weil sie das doch einige wünschen, habe ich mir gedacht, okay, wir machen das. Und hier nochmals der Aufruf, bitte liked dieses Video. Vor zwei Wochen habt ihr es sehr gut abgeliefert und 50 Likes voll gemacht. Schaffen wir mehr? Das ist die Frage, also liked unbedingt das Video. Wie viele bereits wissen, ist der Hauptfokus hier auf dem Kanal Kraft-Dreikampf. Deshalb pushe ich für die nächsten 88 Tage Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Und im Oktober wird abgeliefert, wie letztes Jahr. Und das ist eben krass, ein Jahr Training für diesen einen Moment. Und genau das liebe ich an diesem Sport. Man bekommt genauso viel raus, wie man auch reinsteckt. Wenn ich was besaue, dann bin ich es schuld. Es gibt kein Team, es gibt nur mich. Okay, es gibt meinen Coach, der macht meinen Trainingsplan. Und da gibt es auch das eine oder das andere, was für dich auch Sinn machen kann, wo du abgucken kannst. Deshalb lohnt es sich auch, für Coaches und Athleten, diesen Kanal zu abonnieren. Nicht nur gibt es Erklärvideos mit Tipps, sondern eben auch die unterhaltsamen Gym-Blocks. So, jetzt zurück zum Training. Eigentlich hätte ich heute noch Bankdrücken. Das Kniebeugen liegt perfekt. Aber leider beim Bankdrücken habe ich ein bisschen Schulterprobleme. Das ist aber ein Thema für ein späteres Video. Für heute gibt es auch Romanian Deadlifts mit Kurzhandpunnen. Der perfekte Ausgleich, um die hinteren Beinmuskeln zu stärken nach dem Kniebeugen. Und wenn du dich fragst, wie so ein Powerlifting-Wettkampf aussieht, ich werde dir unten in den Kommentaren mal das Video vom letzten Jahr verlinken. Es ist richtig nice geworden und eins meiner besten Videos ever. Schau dir das unbedingt an, das muss für den Moment reichen. Wir sehen uns, ciao!